Auf zur Tanne, auf zur Tanne... Oh, äh, Falllaufen. Ne? Nein. Ah. Kämpfe für dein Recht, teilzunehmen. Was ist mit ihr nicht mehr in Ordnung? Sie wissen schon, das Unternehmen, dessen Truppen Sie gerade kaltblütig niedergemetzelt haben. Gefällt mir. Es zeigt Initiative. Kommen Sie zu mir ins Hyperion-Touristen- und Informationszentrum. Es soll nicht in Schatten sein. Der Typ ist auch dezent. Leute, guck mich mal das Ding an, da stimmt was nicht wirklich mehr. Wo? Am Boden looted ist witzig. Äh, Fanny, du blockierst. Ernsthaft. 100% Blockade. Und das sagte Bersi. Der Bersi sagt zum Sniper, du blockierst. Komm, können. Wir können mal gucken, was die Stadt ist. Hm? Was? Kommen wir auf der Karte. Oh, das muss doch möglich sein, ähm, ja. Später wahrscheinlich. Da muss unten die Tür aufgehen wahrscheinlich. Geht es? Jetzt steht offen. Wie? Come out, come out. I have cancer. Warte. Oh ja. Warten. Du warten. Penis. Ich sage, du warten. Die Tennis-Bests sind eigentlich nur nebensächlich, da du dir immer bei den Tennis-Bests immer, äh, Item sammeln musst. Ungefähr die Hirne, wie bei den Hirn für Zed. Äh, nee. Äh, TK. Geh hier. Und TK. Und schätze die Eifel in Ordnung aus. Ähm. Ja, was ist denn das für ne Stadt? Hier. Hyperion City. Spa versus Bar? Ich weiß selber nicht, was das ist. Hier gibt's auch den Hyperion-Geschenkeladen. Der wird später, wenn wir Glück haben, interessant. Hey, ich habe einen Job für dich. Komm in meinen Laden. Weißt du, was ich meine mit, wenn wir Glück haben? Aber später war ich. Ist, ähm, ja. Ist ein Geschenk-Laden, da sind dutzende Kisten. Wow, noch ein besserer Schild für mich. Wer will mal einen alten haben? Wer will ein 760er-Schild? Hostel. Cyber, kein Interesse an einem 760er-Schild? Oder hast du einen besseren? Was? Ob du Interesse an einem 760er-Schild hast? Moment, äh, gibt's ja noch ne Alternative, die noch besser ist. Ne, da habe ich Interesse dran. Boah, ich habe jetzt 1045 Schild, ey. 1045 Schild. Hier, das ist er. Das ist der Geschenkeladen. Was? Das Häuschen hier. Wenn man das Ding hier reinkommt, also... Ich weiß sogar schon, was hier ist. Also, da gibt's einen interessanten Keller. Einen sehr interessanten Keller. Mehr sagen wir mal nicht. Es gibt einen interessanten Keller. Ein wundervoller Tag auf Pandora. Nun, abgesehen von der mechanischen Katastrophe. Markus! Goldzahn. Warum hat der jetzt einfach so mir nichts mit uns gesprochen? Weil Cyber bei Markus im Laden drin ist. Hä? Ah! Brennendes Gummi. Sammle 6 gutaussehende Reifen für Markus. Oh, it's ring ring. Uh, neue Speichertack-Upgrades. Hä? Und ich hatte fast eine schon. Ich nicht. Das wird jetzt ne Menge Geld kosten. Ach, warte. So weh, wie ist es nicht. Okay, so schnell geht's von 2 Millionen auf 350.000 runter. C'est la vie. So schnell ist man pleite. Einfach mal alle Speichertack-Upgrade holen. Die staatliche Macht, die den Händen zu halten. In der Erwältung der Sicherheit ist Aufwarten von Marcus Baras. Hm, Alter, da steht's mir im Weg, Marcus. Wo ist eigentlich Blake? Moment, haben wir gleich. Hm, Tartarus Station, Blake kontaktiert. Die Läden haben neuet Inventor. Oh, neuet sind wir da. Nein, 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 Scott. Nein, 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 Scott. Moment! Ich seh da was, ich seh da was. Oh, was? Schon wieder? Ich bin bei Blake. Zu viele Cutscenes. Ah, sieh an. Unsere lieben Unternehmensplündere. Creepy. Blablabla, Mr. Freeman. Der Typ kommt mir irgendwie ein bisschen creepy vor. Ja. Was? Noch nichts machen, Hannibal. Wir warten noch auf unserem... Doch, ich lündere ihn. Einen Augenblick. Ich habe es gerade gefunden. Ich nehme ihn aus. Ich lündere gerade noch mal Marcus. Der hat eine... Ich weiß also, dass wir da hinkommen. Ernsthaft? Ah, ich sehe, was du meinst. Da muss man, glaube ich, über das Dach rein. Nur, wie wir aufs Dach kommen. Ah, diese Verzögerung. Ich hasse mich. Ah, Verzögerung. Fast. Immer herein, nur nicht zu schüchten. Was muss denn offen? Ey, jetzt schüttest du mich hier. Nein, zu weit gesprungen. Du hast mich abgelenkt. Ähm. Will nicht. Von der Seite. Was zum Hänker macht ihr da? Eine Kiste rankommen wollen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe es. Bist du drin? Jupp. Ansonsten hätte ich auch eine Idee gehabt. Oh, lecker Omnomnom und... Oh, na gut, Omnomnom. Oh, Snipper. Wie kommst du... Nur, wie kommst du jetzt wieder raus? Oh, voll, hast du nichts besser? Ähm. Oh, ja, stimmt, ja, Kisten. Hier rüber bin ich hochgekommen. Anni? Nee, hier wollte ich zeigen. Hm? Hier rüber. Komm mal hier runter, gib mir meinen Sniper. Ist das scheiße. Trotzdem meins, weil es ein Sniper ist. Ach, nö. Boom. Untergelegt. Meine Waffen. Die macht doch nur... Wollen wir denn zu Blake hin? Die macht doch nur 478 Schaden. Leute. Ey, her damit. Was heißt hier nur? Gib, ey. Bitte. Danke. War das andere nicht anders Sniper? Nein. Doch, da war eine Incendiary irgendwas. Ich glaub, es war so ein Sniper. Cyber? Cyber? Ich folg dir bis ans Ende der Welt. Was hat sie jetzt? Ich sag, das ist immer noch meine Sniper-Well. Hallo, du hast deine Sniper schon. Und was war denn das andere? Ne Combat Rifle? Ne Combat Rifle mit Incendiary. Schade. Oder wollen wir Schluss machen? Ich meine, wir haben die Story abgeschlossen, also wir haben heute ganz schön was geleistet. Au, ihr wohnt. Du bist auch ein Nehmer. Also ich wäre für Schluss machen. Mir ist es egal. Aber vorher einmal... Aber so trap, clap, trap, trap, trap. Trap, clap, trap, trap. Trap, clap, trap, trap. Ja. Ich hol die Mission noch schnell. Ja, die Claptraps sagen sie nicht mehr. Rex gegen Goliath. Und wo seid ihr? Hinter Chris. Naja, aber ich meine, ihr seid zu weit unten. Wo lauft ihr hin? Irgendwohin, nur von dir weg. Das könnt ihr nicht. Oh, hallo Bandit jetzt. Hä, was? Wo, wer, wie? Banditen? Banditentrap-Mörder. Scheiße, die haben... Clap-Trap-Köppe. Okay. Wo denn zum Roboter? Umfunktioniert. Die haben aber... Die hören sich an, als ob sie... Ja. Als... 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 Nee, hört sich sehr stark an, als ob die Kerle frauen wären. Bot. Die hören sich an, wie Claptraps. Double-Tanathos. Ey. Ey, wir hätten gerade umgebracht. Ich hätte... Er hätte... Er hätte... Er hätte... Er hätte... Er hätte... Er hätte umgekommen. Hilfe. Such a bitch. Mensch. Ich bin der Sniper. Ich schieße aus dem... Ich schieße von hinten alles ab. Dick, Tony sagt hi. Alter, wie oft kommen da noch Gegner? Wow. Heimtückischer Wahnsinn, die Clap-Trap. Wie schon gesagt, jetzt kommen die ganzen... Na, Clap-Trap-Trap. Alter, wie viel... Wie viel Erfahrung dir auch geben? Kaum. Seien nur so 1000 Erfahrungen pro Typ. Bei mir nur zwei. Bei mir nur zwei. Nein, sieht die aus der Nähe scheiße aus. Äh, der hat... 3000. Komm. Kull ich mir die Teile an. Die haben einfach ein Klett mit Gold aufgepackt bekommen. Hier liegt das Lina. Bitte lasst mich da. Alter, das hat jetzt aber an der Muni gezählt. Ich dachte, ne? Meine. Oh. Nicht gut. Schade. Nee. Aber eigentlich wollte ich ja aufhören, also... Den hören wir halt eben auf. Eben. Ich gehe nach Zitengebiet. Was? Nee, ich sagte eben nur im nächsten Gebiet. Gute Idee. Aber die Stadt ist interessant mal. Hm. Aber sie ist... Die ist sehr angesiedelt an New Haven. Äh, angelehnt meine ich. Von außen her. Von außen her aber auch. Wenn du dir mal den Rest ansiehst, der Gebäude der Stadt ansiehst, ähm... Ist ein bisschen anders. Ja, und ich sag's mal so... Äh, Tartarus City... Nee. Ähm, Hyperion City... Ist ja eigentlich Sanctuary. Ist wie ein Tag ohne Sonnenschein. Glaube ich. Hm. Wo seid ihr? Da, wo du nicht bist. Schöne Machine Gun. Nächstes Gebiet, das wir... Wollen wir jetzt, äh, erstmal, äh, Hyperion Dump erstmal machen kurz? Tartarus Station, oder... Weil das ja jetzt schon mal nächstes Gebiet. Ich meine, Hyperion Dump haben wir schon mal halbwegs einen Klickspunkt. War ja schon wahr. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss. Eben. Der erste Station hat so gesagt. Nee, wir machen jetzt hier Schluss. Hm, okay. Also dann, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute. Tschö. Ciao. Tschö.